Im Garten sitzen, Vögel beobachten und hören, wie es vor Insekten nur summt und brummt. Walter Gier genießt gerne die Natur. In Giers Garten findet sich alles, was das Vogel- und Insektenherz begehrt. Nistkästen, Futter, Wasserstellen und jede Menge insektenfreundliche Pflanzen, sowie Obstbäume, die bestäubt werden wollen. Auch einen Nutzgarten mit verschiedenen Kräutern und Gemüse hat er angelegt. Doch beim Garten soll es in Zukunft nicht bleiben. Eine 850 Quadratmeter große Wiese gehört Gier ebenfalls. Dort will er eine Blühwiese mit Insektenhotel samt Nistkästen sowie Bodenniststellen für Wildbienen schaffen.